hallo und herzlich willkommen zur 24 folge von project unstable 4 ja ich habe schon mal ein bisschen was gemacht ich habe hier oben jetzt mal einmal die wände komplett fertig gebaut schon mal also mit diesen trottet sandstone wobei ich das ding noch nicht abgerissen habe ich gerade ja ich habe das gemacht und mir ist aufgefallen ich habe jetzt den server mittlerweile schon zweimal neu gestartet ich hoffe jetzt geht es einigermaßen problem ist der server hat sich nach relativ kurzer zeit wirklich so zu längen angefangen dass es ewigkeiten gedauert hat eine kiste oder irgend so was zu öffnen dass kaum reaktion wenn du items einsammeln wolltest ich meine das ist das ist ja relativ normal mittlerweile schon aber so schlimm ist lange nicht und deswegen bin ich mal gespannt wie es jetzt wird so genau also ich habe ich habe das hier schon alles fertig gebaut außen habe über die trottet sandstone schon mal reingeballert so dass wir dann anfangen können das jetzt alles so ein bisschen hoffentlich schöner zu machen und das wird jetzt witzig denn wir müssen ich brauche einmal das hier okay hat sich die schüssel sandstone geändert ich nehme mal ganz ganz kurz zum test einfach mal hier stein okay das ist auch verbuggt also er änderts auf jeden fall ich nehme auch rote rolle okay das ist einfach anscheinend entweder ein textur vorschau fehler dann ich weiß es nicht muss ja textur vorschau fehler sein naja gut lassen wir es gut dann einmal dahin und wir gucken mal ob wir es richtig überhaupt rauskriegen Das wollte ich nicht. das ist jetzt nicht dein ernst Chiselle was ja, anscheinend hat Chiselle weder eine wunderschöne Methode genutzt oder irgendwas um dafür zu sorgen dass die Texturen anders aufgetragen werden und man die normalen Texturen von den Blöcken nicht finden kann na mensch hm sind alles Meter da drin Variant 8 es sollte funktionieren hm ähh und nun ok ich mach jetzt nochmal folgendes ich geh mal hier in irgendeine Seite wo ich eh nochmal ran muss was ich hier und auf folgendes ok 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 ich will euch ernsthaft erzählen dass das irgendwie ich test bleibens bisschen was aus ausды will ich das abhauen Ernsthaft jetzt? Wie wird das hin? Ich das jetzt auch abbauen. Möchtet mir einer erklären, was das hier ist? What the fuck? What? Moment. Irgendwas ist strange. Irgendetwas ist sehr strange. Ja. Und ne? Was machen wir jetzt? so kann ich ja schlecht das haus bauen äh what the fuck ich begreife hier langsam gar nichts mehr was zur helle also wie wie kann das wie kann das wie wie what the fuck funktioniert schon alles ja nur nicht der sandy brick also was heißt nicht nur der sandy brick im endeffekt auch die hier nicht ich kann ja die komplette block nehmen den vollen block und es hat keine textur und oder er gesagt Chisel in Betz, Chisel! Was tut hier? Probier's mal jeden Chisel-Block aus, Moment. Chisel. Der wird wie ein paar Salz. Okay. Geht auch nicht. Alles klar. Dann geht das sicher auch nicht. Nein. Okay. Trotzdem hab ich da jetzt ne Frage. Wie konnte ich denn hier die Treppen noch bauen? Moment. Was sag ich? Den hier. Okay. Es sind nicht alle Blöcke. Das seht ihr übrigens grad wieder so überleckt. Ich weiß nicht, was ihn im Moment dazu bringt, dass er sich immer so ein bisschen auffrisst. Und immer länger braucht kurzzeitig. Weiß nicht warum. Ähm. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ähm. Ich meine, man sieht's ja hier auch schon in der Vorschau praktisch was hier oben bei Weiler. Was möglich ist und was nicht. What the fuck? Was ist das? Der Server mag mich nicht mehr. Ah. Ah. Mann. Das ist ernsthaft. Ernsthaft. Das funktioniert jetzt einfach gar nicht mehr. Danke. Danke Server. Ich mag dich auch nicht. Das Ritual von Bloodmagic funktioniert nicht. Die Schlesel und Bits funktionieren anscheinend auch nicht mehr. Ah. Ah. Ich krieg hier noch Anfälle. Ich krieg hier echt noch Anfälle. Was machen wir da jetzt? Ähm. Ich bin grad echt ein bisschen überfordert. Ich weiß echt nicht was ich jetzt. Irgendwann bauen wir hier mal noch. Ich will. Ich hab nur keine Lust jetzt irgendwas zu bauen wenn wir hier nicht weiterkommen. Und ich bin mir unsicher ob das vielleicht irgendwie Serverlike verursacht. Dass vielleicht da irgendein Problem ist. Moment. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Entschuldig wir machen jetzt so ein bisschen. Ich hab jetzt mal eine gute Server. Ähm. Server. Serverwartung nebenbei. Na fuck ich sehe es nicht mehr. Ich mein verdammt ich sehe es nicht mehr. Entschuldigung. Ich meine wir haben. Ja. Ich kann ja mal. Debug start. Na ja. Guck mal. Das ist nervig. Okay. Quitsch. Ähm. Ich hab echt keine Ahnung was wir jetzt machen wollen. Wir können die Mushroom-Form einbedämmen. Ein bisschen. Ähm. Ich bin echt grad komplett überfragt weil ich keine Ahnung hab was ich jetzt machen will. Und hier hin scheint. Oh. Ach ne. Das ist ein anderer Baum. Ich dachte jetzt sind wir gleich Baum. Äh. Wann hab ich ein Debugger gestartet? Bumm. Wo steht denn das? Ja. Äh. Vor. Ja. Knapp ne Minute. Ich müsste eigentlich. Ich flieg mal ein bisschen rum. Um ein bisschen mehr Lack zu erzeugen vielleicht. Wobei im Endeffekt nur die ganze Zeit kommt Move to Quickly und ich äh. Dass der Server nicht hinterher kommt. Also der Server kommt nicht hinterher weil Ticks gibt aber. Ist ja grad gar nicht. Außer Move to Quickly. Und jetzt hat er was gesagt. Das ist interessant. Versuch grad irgendwie zu reproduzieren. In der Konsole halt äh den äh dass er hinterher hängt. Weil im Endeffekt wo ich jetzt die ganze Zeit geflogen bin. kam nichts. Keine Ahnung. Okay. Wir machen jetzt mal hier. Debug. Stopp. Stopp. Okay. Zwei Minuten. Muss reichen. Ich guck mal ganz kurz. Ob wir da irgendwas. Was so unsere aktuelle Tickzeit ist. Ich wette sie ist grottig. Grauenhaft. Einfach nur. Aktualisieren. Zwei Minuten. Ich hab' das dritte. Naja 13,85 Ticks. Es geht sogar eigentlich. Am meisten. Das geht eigentlich voll, wenn ich mir angucke, was sowieso die Prozentzusammensetzung ist. Blockentities, sind normale Entities auch dran schuld, wenn ja, welche? Regular. Achso, ne. Ne, 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 ne. Interessant. Okay. Also es ist immer noch 25% unseres gesamten Lags sind unspecified. Ist immer so schön, wenn man das liest. Es kommt von Blöcken? Ah, es ist unspecified. Danke. Schreib mir einfach jeden Block auf. Oh, ich wollte einfach mal gucken. Wie sieht es denn eigentlich mit Weins aus bei uns? 873 haben wir mittlerweile. Das ist schön. Lauf. Okay. Okay. Ähm. Weil es nervt. Ich würde gerne einfach nur aufgelistet haben, welcher, was, was das ist. Weil es kommt von Blockentities, also von irgendwelchen Blöcken kommt dieser Lag. Aber er sagt mir nicht welcher, also von welchen Blöcken. Er sagt es mir einfach nicht. Und das ist nervig. Äh. Äh. War hier nicht in irgendeinem noch Oak drinne? Okay. Da. Ah, es war Lock, ne? Wir haben noch ein bisschen... bisschen davon haben wir noch, aber... Oakwood... Oak Planks. Hier haben wir Oak Planks drinne. Oh, das sind aber... Oh, das sind sich gechiselt. Okay. Hm. Okay. Ist alles hier kaputt. Die ganzen Chiselblöcke, was da irgendwie... ganz komisches. So. Okay. Dann packen wir das nochmal oben hin. Das ist auch ein anderes Haus und dann ist gut. Ja. Äh. Dann würde ich auch sagen... Ich... Ich kann dann heute nicht weitermachen. Weil das war alles, was ich geplant hatte. Ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll. Außerdem... Server lag die ganze Zeit. Setzt mich da und zurück. Hm. Können wir mal ansonsten in die Kommentare schreiben... Was... Ihr... Vielleicht noch sehen wollen würdet. Was euch... Irgendwie... Interessiert. Oder was weiß ich. What the fuck ist das einfach nur? Ja. Ähm. Dann... Würde ich sagen... Ich beende jetzt wirklich die Folge. Weil wie gesagt, was... Was will ich jetzt noch machen gerade? Ähm. Ja, ich muss beenden. Jo. Die Blumen sind auch weg. Habe ich die weggemacht oder sind die weggegangen? Ich habe keine Ahnung. Nun gut. Äh. Dann würde ich jetzt wirklich sagen... Tschüss. Äh. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß echt nicht... Was, warum, wieso, weshalb... Aber es geht nicht mehr. Und ja. Dann... Tüdelü. Auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ist doch alles doof.